Musik 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 Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht aufgepasst. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen, der andere hat gar nicht auf den Ball. Er hat zu langen Wegen und er hat gebetetricschnitten. Und bitte toben, schießen, Alter. Richtig geil. Kann man, muss man. Also Kreise Oberliga verheiftet keiner. Auch eine Klasse ohne. Ja, zwei Runde. Ja, die kommen hin. Absolut. Hat die Zwitter verloren. Ja, ich seh die. 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 Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Robert Breitsprecher, der spielt auch in der Almeer im Wasch. Ach, hoch. Ja, der ist vier, der in der Wasch. Ja, aber... Robert Breitsprecher, der hat auch... Ja, ich komm doch weiter. Genau, komm! So, die ganzen Schenkenberger hin. Gut gemacht, Tim. Das ist ja keiner Spielbild in den alten Herren von allen. Also, das würde doch schon mal denken gehen, wenn da keiner aus unserem Kreis hier bei Gramsfeld spielen will. Also, die ganzen guten Fußballer, die alle 35 sind, da will doch keiner mehr hin. Weil das Affen, die sind da. Mach's hin! Mach's hin! Schweden, 4-3 rum. Komm, 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 komm! Weiter, Junge! Ja, einfach weiter spielen! Erster! Muss ich zieh durch, einfach, zieh durch! Ich muss, zieh durch! Komm, komm! Gut, gut! Gut, gut, gut! Helfen, helfen! Ja, pf! Ja, pf! Ach, scheiße! Das war gut, ja! Jetzt bin ich mal gespannt. Ey, Herr Stein hat nicht mitgespielt. Die haben auch die Formel gespielt, die alten Herren. 5-1 hier worden. Alter, weißt du, wer deine alten Herren spielt? Marcin Maffierwitsch. Boah, David Treveschinski. Hat er mit gespielt. Ja, Marcin Maffierwitsch. David Treveschinski. Du hast einen Punkt da haben, Mensch. Da haben sie so hochgefahren. Frieder. Ja, genau. Kuh war ein Kuh drin. Jawohl, Jungs, ganz stark. Ja, jetzt die Übung auf jeden Fall, ne. Aber wenn du jetzt mal bei den anderen Mannschaften alle kiekst, das ist immer blöd, weil die meisten alle immer noch in der ersten Männermannschaft spielen. Außer, wenn du jetzt mal bei Schwed siehst, der FC Schwed mit Oertel, der spielt der zweite Rund, alte Herren. Aber ansonsten, also die ersten fünf Mannschaften aus Brandenburg sind eigentlich stark, aber der Rest eigentlich spontan. Das ist nicht so. Aber das ist ja auch bei uns, ne. Das ist ja auch immer abhängig davon, ob die Auswärts spielen, ob die erste gespielt hat, oder nicht. Genau. Aber bei uns zum Beispiel hat er bei Bachs und Eddy wieder gefehlt, ne. Weil Bachs spielt heute Nachmittag, oder er spielt jetzt hier unten, jetzt gerade. Eddy hat gestern unten gespielt, und... Hände, was ist denn da? Uh! Wir üben noch das Hand. Halt! 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 Der hat die Hose schon hoch, wenn er bei 10 Grad hat. Der hat zwei Reichen. Hey, mach dir selbst! Weg! Weg! Hey, mach dir selbst! Bitte, Peter! Geh zurück! Weg! 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 Aufmerksam! Weg! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020